Moin zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft Hypixel Skyblog Video, meine lieben Freunde. Bevor es losgeht, jetzt gerade wo dieses Video online geht, bin ich wahrscheinlich auch schon auf www.twitch.tv slash gtime.tv wieder am Livestream. Link dazu ist natürlich unten in der Videobeschreibung. Und sollte ich nicht da sein, dann geht es mir jetzt auch noch nicht so gut, denn ihr habt es ja gestern vielleicht mitbekommen, wenn ihr den Stream geschaut habt. Ich habe gestern etwas früher den Stream beendet. Wir haben gestern leider kein Final Fantasy gespielt, weil mir ging es echt ziemlich, ziemlich miserabel und ich muss sagen, mir geht es heute auch noch nicht so viel besser. Aber wenn es geht, dann werde ich auf jeden Fall jetzt gerade am Stream sein. Dann könnt ihr gerne, wenn ihr wollt, auf www.twitch.tv slash gtime.tv vorbeischauen. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt auch mal mit dem an, was wir eigentlich besprechen wollten, denn für euch habe ich heute einen wunderwunderbaren Verzauberungsguide im Petto. Denn da haben ganz viele Leute nachgefragt, die haben gesagt, ey Kevin, oder bei mir auch im Livestream, Kevin, wie sieht das eigentlich aus? Was sollte ich am besten auf mein Schwert verzaubern, Kevin? Was sollte ich am besten auf meine Spitzhacke verzaubern? Was soll ich mir auf die Rüstung verzaubern? Und, 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 und. Ich möchte aber sagen, bevor es jetzt losgeht, erst mal, das, was ich euch jetzt zeige, sind nur meine Empfehlungen. Dann, es gibt noch bessere Verzauberungen, die man erreichen kann in bestimmten Bereichen, ja. Ja, ähm, es kann sein, dass ich euch jetzt zum Beispiel irgendwie sage, das ist die beste Verzauberung, und das ist gar nicht die beste, weil, und jetzt kommt das, weil, es gibt Verzauberungen, die könnt ihr im Schwarzmarkt für viel Gold kaufen. Die werde ich euch aber jetzt an der Stelle erst mal nicht empfehlen, weil ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass ihr Spieler seid, die jetzt noch nicht so lange in Skyblocks sind und noch nicht so viel Gold habt, dass ihr euch das mal eben leisten könnt. Und vor allen Dingen, diese Verzauberungen würde ich mir, wenn, wirklich nur für die ultimative Rüstung kaufen, ja. Vorher macht das in meinen Augen keinen Sinn. Deswegen zeige ich euch jetzt erst mal nur Verzauberungen, die ihr bei den Enchanting-Table bekommen könnt. Und es kann sein, dass ich bei manchen Verzauberungen auch nicht ganz genau weiß, was die machen, aber ich weiß, dass die drauf können, ja. Also, es sind nämlich ziemlich viele Verzauberungen, Leute, und das ist echt viel, was man sich merken muss. Deswegen, also verzeiht mir, wenn da ein paar kleine Fauxpas drin sind. Ich versuche euch das aber alles jetzt, so gut es geht, zu erklären. Aber ich muss jetzt erst mal ganz kurz einmal hier dran, genau, dann nehmen wir nämlich das noch mit raus, das nehmen wir mit raus und das nehmen wir mit raus. Und, ja, okay, die können wir jetzt hier erst mal drinnen lassen, okay, passt. So, und dann würde ich sagen, fangen wir jetzt einfach erst mal mit dem Bogen an, ja, dem Bogen. Mit dem fangen wir jetzt erst mal an. Da fehlt eine Verzauberung, das ist Impaling. Die solltet ihr auch drauf machen, dann macht ihr einfach an Seekreaturen mehr Schaden. Brauche ich, glaube ich, jetzt nicht weiter ausführlich zu erklären. Und, ja, dann würde ich sagen, von oben nach unten, Aiming ist eine Verzauberung, die macht, dass eure Pfeile wie, ja, als wenn ihr ein Aim-Bot habt, auf die Gegner losfliegen. Ist ziemlich OP. Solltet ihr auf jeden Fall gucken, dass ihr Aiming 5 drauf kriegt. Wenn ihr einen Bogen habt und den verzaubert, dann auf jeden Fall Aiming 5 drauf. Als nächstes haben wir Cubism, das macht einfach mehr Schaden an Slimes, sage ich jetzt mal, ja, also an viereckigen Gegnern. Magma Slimes, normale Slimes, ja, den macht ihr mehr Schaden. Dann haben wir Flame, kennt man ja. Infinity Quiever macht, glaube ich, dass man aus dem Quiever heraus die Pfeile manchmal nicht verbraucht, wenn man schießt. Und Piercing macht, dass die Pfeile einen Durchschuss haben. Das heißt also, ein Pfeil kann durch den Gegner durchfliegen und den hinteren treffen. Power 5 erhöht den Schaden. Punch 2 macht, dass der Gegner zurückgestoßen wird. Kennt man ja aus Vanilla Minecraft. Snipe 3. Snipe macht, glaube ich, je weiter ihr wegsteht vom Gegner, umso mehr Schaden richtet euer Pfeil an. So war das, glaube ich. Je weiter ihr wegsteht, umso mehr Schaden macht ihr. Und Telekinese macht, dass, wenn ihr einen Gegner tötet, die Items sofort bei euch im Inventar landen. Ja, und wie gesagt, Impaling fehlt noch auf dem Mogen drauf. Ja, das musste ich noch drauf machen. Das werde ich auch irgendwann machen, aber ich habe es jetzt nicht für so ultra wichtig erachtet, dass ich das sofort drauf haben musste. So, dann habe ich hier eine Hacke. Auf der habe ich Harvesting 5 drauf. Da steht es ja auch schon. Das gibt eine 62,5%ige Chance, dass wir doppelte Crops kriegen. Also das heißt, wenn ihr auch Kartoffeln oder so abbaut, dann kriegt ihr mehr Kartoffeln raus und so. Lohnt sich auf jeden Fall. Dann habe ich noch Telekinese drauf. Einfach für, dass die Sachen direkt im Inventar landen, ja. Mehr braucht man eigentlich auf einer Hacke nicht verzaubern. Das beides reicht. Dann haben wir hier eine Spitzhacke. Das ist jetzt eine Diamant-Pickaxe. Man kann natürlich auch eine Gold-Pickaxe nehmen. Die ist nochmal einen Ticken besser. Das lohnt sich sowieso in Skyblock. Also deswegen auch nochmal von mir der Hinweis am Rande. Eigentlich sind die besten Gegenstände, die ihr euch machen könnt, Gold-Gegenstände, weil die bauen schneller ab als Diamant. Und in Skyblock lohnt sich, äh, Skyblock. Ja, alles klar, Kevin, in Skyblock. In Skyblock lohnt sich das auf jeden Fall, weil auf dem Hypixel-Server in Skyblock haben die Items keine Haltbarkeit. Die gehen nicht kaputt. Deswegen lohnen sich auf jeden Fall die Gold-Sachen eigentlich mehr. Aber ich hatte mir damals diese Diamond-Pickaxe gemacht und jetzt benutze ich sie einfach, also halb so wild. Natürlich haben wir hier auf jeden Fall Effizienz 5 drauf. Ganz wichtig für die Spitzhacke, ja. Effizienz 5 auf jeden Fall. Experience 3, da kriegen wir mehr Erfahrung mit raus, ja. Das heißt also, wenn ihr Erze abbaut, gibt's auf jeden Fall schon mal ordentlich XP mehr. Fortune 3 für erhöhte, ähm, für, für mehr Drops, ja. Das heißt also, wenn ihr zum Beispiel Emeralds oder Diamanten abbaut, dann kriegt ihr mehr aus den Erzen raus. Auch ganz wichtig, wenn man irgendwelche Sachen sich zusammenfarmt und es was schneller gehen soll. Smelting Touch macht, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel Gold oder Eisen abbaut, die Sachen sofort, ähm, ja, geschmolzen sind, dass Barren rauskommen. Ich glaube sogar, dass Smelting Touch und Fortune zusammen funktionieren. Heißt, wenn ihr Eisen abbaut und da kommen Barren raus, dann kriegt ihr mehr Barren, je nachdem, wenn ihr Fortune drauf habt. Ich bin mir aber jetzt nicht zu 100% sicher, ob die Kombination wirkt. Ich meine aber ja, Telekinese brauche ich ja nicht wieder erklären, ne. Sachen landen direkt im Inventar. Dann haben wir hier als nächstes eine, äh, Axt. Da habe ich jetzt Effizienz 5 und Telekinese drauf. Man kann auch noch, wenn man will, Silk Touch mit reinnehmen. Das habe ich jetzt auf dieser Axt nicht drauf. Und das war es eigentlich auch schon. Mehr braucht man nicht. Dann wird es auch wieder was interessanter, denn wir haben jetzt hier ein Schwert. Und auf dem Schwert können einige Verzauberungen drauf und da sind einige auch ziemlich, ziemlich wichtig. Zuallererst haben wir hier einmal Cleave 5. Das ist so ein AOE-Flächenangriff, den ihr macht. Ja, kennt man vielleicht schon so aus Minecraft. Wenn man geschlagen hat und dann kam da diese, pscht, Animation, ne. Dann hat man die Gegner vor sich getroffen. Cleave ist nochmal ein Ticken krasser auf dem Hypixel-Server. Aber das macht auch, dass ihr Gegner seitlich oder hinter euch trefft. Dann haben wir Critical für mehr Kritik-Treffer-Chance und Crit-Schaden, ja. Ender Slayer 5 für mehr Schaden an Enderman. Execute macht, glaube ich, mehr Schaden, je weniger Leben der Gegner hat. Experience 3 für mehr Erfahrung. Fire Aspect brauche ich, glaube ich, nicht erklären. Kennt jeder. Und dann kommt so mit Abstand die allerwichtigste Verzauberung fürs Schwert. Das ist nämlich First Strike. Die macht nämlich, dass der erste Hit, den ihr auf dem Gegner landet, wenn das auf Stufe 4 ist, 100% mehr Schaden macht. Das heißt, ihr macht doppelt so viel Schaden. Deswegen First Strike super, super wichtig, ja. Dann Giant Killer, da macht ihr mehr Schaden mit an Bossen. Lifesteal, ja, Lebensdiebstahl quasi. Jedes Mal, wenn ihr einen Gegner hittet, haltet ihr euch ein wenig. Looting 3 macht, dass ihr mehr, wenn ihr jetzt einen Gegner tötet, mehr Drops bekommt. Als Beispiel jetzt ein Enderman. Wenn ihr eine Enderperle normalerweise droppen würde mit Looting 3, könnt ihr dann 3, 4 Enderperlen, wenn ihr Glück habt, bekommen. Luck 5 macht, dass Items von Monstern, die selten droppen, mit einer etwas erhöhten Chance droppen. Heißt als Beispiel, keine Ahnung, wenn ihr euch jetzt die, ähm, die hier Lapislazuli-Rüstung farmen würdet, dann lohnt sich auf jeden Fall Luck auf einer Waffe drauf, weil ihr es dann schneller erfarmen könnt. Scavenger macht, dass ihr mehr Gold von den Monstern bekommt, lohnt sich auf jeden Fall auch. Sharpness 5 erhöht den Schaden, Telekinese kennt man ja. Und Vampirism macht, dass wenn ein Mob von euch getötet wird, ihr auch nochmal ein bisschen Leben dazu bekommt, ja. Soviel also auch jetzt zum Schwert. Dann fangen wir an mit der Rüstung. Ähm, da haben wir jetzt einmal Growth 5 drauf. Das macht, dass ihr mehr Leben habt, ja. Seht ihr auch 75 Leben mehr? Ich glaube, es gibt sogar Growth 6 im Schwarzmarkt. Ich bin mir jetzt aber nicht sicher. Dann haben wir hier Protection 5. Ich meine, da gibt es auch Protection 6 im Schwarzmarkt. Das gibt 15 Defense mehr. Respiration 3, Thorns 3, ja. Kennt man alles aus Vanilla. Hier fehlt noch Aqua Affinity auf dem Helm. Das muss ich auch noch drauf machen, ja. Also ihr müsst euch quasi eigentlich fast wie in Vanilla euren Helm verzaubern, nur dass ihr noch Growth 5 mit dazu nehmt, ja. Auf der Rüstung auch wieder dasselbe Beispiel, ne. Oder dasselbe Spiel. Protection 5, Thorns 3. Macht man ja auch in Vanilla so, ne. Und dann Growth 5, ja. Dann auf der Hose, dasselbe wie bei der Brustplatte. Growth 5, Protection 5, Thorns 3, ja. So, die Schuhe, da gibt es wieder ein bisschen mehr. Deep Strider 3 haben wir drauf. Feather Falling haben wir drauf, ja. Growth 5 auch wieder für mehr Leben. Protection 5 für mehr Verteidigung. Und Thorns 3. Ich glaube, das ist auch soweit alles, was man auf die Schuhe machen kann. Ja, man kann auch Frost Walker drauf machen. Aber dann könnt ihr, glaube ich, keinen Deep Strider mit drauf haben. Das ist das Problem. Ihr solltet euch aber auf jeden Fall Frost Walker Schuhe einmal machen. Denn wenn ihr in der Ice Collection hochkommen wollt, müsst ihr einmal Schuhe mit Frost Walker haben. Mit denen müsst ihr über Wasser laufen. Und das Eis müsst ihr dann, was dann entsteht, mit einer Protection, äh, mit einer Protection sag ich schon. Mit einer Silk Touch Spitzsacke abbauen. Damit ihr die Collection so weit gelevelt kriegt, dass ihr euch quasi das Ice Minion machen könnt, ja. Ich glaube, das ist soweit auch alles gewesen. Ich hoffe, ich habe nicht irgendwas vergessen. Falls ja, ihr könnt mich natürlich gerne in den Kommentaren kommen, äh, korrigieren. Ähm, wenn ich einen Fehler gemacht habe oder irgendwas falsch gesagt habe, dann war das natürlich nicht mehr der Absicht, ja. Aber ich meine, das ist soweit alles, was man wissen muss. Tut mir leid. Und ja, mehr gibt es eigentlich, glaube ich, zu der ganzen Verzauberungsgeschichte gar nicht mehr zu sagen. Jetzt wisst ihr Bescheid, ja. Ähm, es ist auch so bei den Verzauberungen, dass ihr nicht für alles den Enchanting Table auf Stufe 64 oder 60 haben müsst. Ihr könnt auch manche Sachen, äh, für manche Verzauberung, könnt ihr den Enchanting Table runterstufen. Es gibt einen Wiki für, ähm, für Skyblock vom Hypixel Server. Da steht das auch drin, welche, ähm, welche Zaubertischstufe, ähm, für welche Verzauberung empfohlen wird. Am besten einfach mal in Google eingeben, weil ich habe jetzt den Link gerade nicht zur Hand. Wenn ich dran denke, packe ich euch den in die Videobeschreibung. Es kann aber passieren, dass ich es vergesse. Ähm, ansonsten in Google einfach mal Hypixel Skyblock Wiki eingeben, dann findet ihr das direkt, ja. Dann könnt ihr da auch nochmal gucken, wegen den Verzauberungen. Und dann würde ich sagen, ich bedanke mich, dass ihr das Video geschaut habt. Ich hoffe, dass ich euch weiterhelfen konnte und dass euch das Video gefallen hat. Falls ja, lasst doch gerne positive Bewertungen, genauso auch Feedback in den Kommentaren da. Und wenn ihr das noch nicht getan habt, haut ein Abo raus und immer schön dran denken. Glocke an, Ehrenmann. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, was heute um 18 Uhr kommt wieder, oder im Livestream auf www.twitch.tv slash gtime.tv. Bis dann, macht's gut, tschüss zusammen. Bis dann, macht's gut, tschüss zusammen.